Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Interessierte an der Hochschule Midweider in der Fachgruppe Biotechnologie und Chemie. Wir würden Sie natürlich sehr gerne jetzt hier in unserem tollen Hauptgebäude bei Sonnenstrahlen begrüßen, aber die Umstände sind nun einmal andere. So, Biotechnologie. Bevor ich etwas zum Studiengang sage, ich habe ja die Überschrift gewählt, Faszination Biotechnologie. Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie alle für Biotechnologie brennen und deswegen überhaupt jetzt hier eingeloggt sind und sich mal die Präsentationen angucken. Ja, was haben wir Neues zu berichten? Erst letztes Jahr wurde die DNA als Imushikon aufgenommen, sodass Sie jetzt in Ihren Messenger also wunderbare Nachrichten schreiben können und sagen können, herzlich willkommen in Midweider beispielsweise. Auch der Virus ist neu als Imushikon dazugekommen. Man könnte fast sagen, als eine Ahnung, wenn man sich ihn genau anguckt, hat er auch so eine feine Corona rumherum. Man könnte also fast meinen, dass es sich hier um den Coronavirus handelt, den wir jetzt verwenden können in unseren Textnachrichten. Biotechnologie ist jetzt in aller Munde. Selten habe ich so häufig in Nachrichten das Wort PCR gehört wie in den letzten Wochen. Aber Biotechnologie ist natürlich noch viel mehr. Biotechnologie ist Produktion von Medikamenten. Wir sehen hier eine Pille. Biotechnologie ist Produktion von Lebensmitteln, die wir dann einkaufen können. Denn Biotechnologie ist Produktion von Waschmitteln, mit denen wir uns waschen können oder mit denen wir unsere Klamotten waschen können, unsere Kleidung. Also Biotechnologie ist sehr vielfältig. Und was fällt mir hier gerade Witziges auf? Sogar die Toilettenpapierrolle ist als Imushikon verfügbar. Hat jetzt aber mit Biotechnologie auch was zu tun, weil natürlich da Zellulose enthalten ist, die mit Enzymen aufgearbeitet wird. Biotechnologie ist heutzutage in erster Linie Gentechnologie. Die Beispiele, die ich vorhin genannt hatte, Enzyme für die Industrie, Medikamente, alle die werden mit gentechnischen Verfahren produziert. Gentechnik findet aber auch in anderen Gebieten Anwendung. In der Pflanzenzüchtung etwa. Und da wird es dann schon kribbeliger, wenn wir eine gentechnisch veränderte Pflanze auf dem Acker haben. Sie alle verfolgen wahrscheinlich entsprechend die Presse, wie darüber diskutiert wird. Noch kribbeliger wird der Einsatz beim Menschen. Entweder um zu heilen, das sagen die einen, oder in die Evolution einzugreifen, das sagen die anderen. Gen-Therapie ist ein Beispiel, wo genetische Information, wo also das Erbgut verändert wird. Das wird in der Regel mit somatischen Zellen getan, also das heißt mit Körperzellen. Und die Körperzellen sterben mit mir. Und damit ist auch die gentechnische Veränderung nicht mehr verfügbar. Wenn in der Keimbahn eingegriffen wird, also bei befruchteten Eizellen zum Beispiel, dann wird der ganze Organismus gentechnisch verändert und auch seine Nachkommen werden diese genetische Veränderung in sich tragen. Das hat Yang Chui-He getan. 2018 hat er das präsentiert und seitdem wird da heftig darüber diskutiert. Und zum Jahresende 2019 ist er dafür auch von der chinesischen Regierung verklagt worden. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, das veröffentlicht ist, jetzt Generation Genschere, wie begegnen wir der gentechnologischen Revolution. Und da geht es genau darum. Und Sie können auch gerne mal bei Twitter oder im Internet nachschauen. Nun, Sie möchten möglicherweise biotechnologisch studieren, den Bachelorstudiengang. Der Studiengang zieht sich über sechs Semester, wo erst Grundlagen gelegt werden und es natürlich immer tiefer geht. Nach einem Jahr können Sie zwischen einer von drei Studienrichtungen wählen, in die Sie sich vertiefen. Entweder die Umweltbiotechnologie. Bei der Umweltbiotechnologie geht es um die Anwendung biologischer Systeme, um zum Beispiel in einer Kläranlage, zum Beispiel in einer Biogasanlage, zum Beispiel bei der Sanierung einer Altlast, diese Mikroorganismen anzuwenden. Bei der molekularen Diagnostik geht es darum, den Zustand eines biologischen Systems zu beschreiben. In welchem Zustand befindet sich das System? Dazu brauche ich Messtechnik. Also Diagnostik ist hier nicht, ist jemand krank, ist jemand nicht krank, ist eine Zelle krank oder nicht krank, sondern einfach eine Zustandsbeschreibung mit entsprechender Messtechnik. Und das auf molekularem Niveau. Und dann als dritte Säule die Bioinformatik. Sehr wichtig heutzutage bei allen Experimenten, was auch immer wir tun, fallen riesige Datenmengen an. Diese Datenmengen wollen verarbeitet werden und das leistet die Bioinformatik. Sie stellt also dazu Werkzeuge zur Verfügung. Es werden neue Werkzeuge entwickelt, Algorithmen entwickelt. Der neueste Trend ist natürlich das maschinelle Lernen, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, die jetzt Einzug erhalten in die Biotechnologie, wie in allen anderen Lebensbereichen auch. Wenn Sie so eine Studienrichtung wählen, haben Sie die in einem Modul, später in zwei Modulen. Das heißt, Sie haben also viele andere Module noch mit anderen Studierenden gemeinsam. Wenn Sie anfangen, Biotechnologie zu studieren in Midweida, müssen Sie zum einen wissen, wir sind eine kleine Biotechnologie. Klein heißt, wir haben keine großen Fermenter mit 10, 100, 1000 oder 10.000 Litern. Verfahrenstechnik lernen Sie zwar bei uns, steht aber nicht im Fokus. Bei uns ist es eher alles etwas molekular ausgerichtet. Also wir gucken mehr auf Genetik und wir gucken mehr auf die Prozesse innerhalb einer Zelle, um sie dann kennenzulernen und anwenden zu können. Wenn Sie eine Säule gewählt haben, das habe ich hier unten versucht anzudeuten, können Sie auch jeweils aus den anderen Bereichen noch Module belegen. Das heißt also, wir wollen hier keine Fachidioten heranziehen, sondern Sie sollen auf jeden Fall auch mal über den Tellerrand schauen und sowohl andere Fachdisziplinen kennenlernen, aber auch ganz andere Dinge. Wir bieten zum Beispiel in Midweida eine Ringvorlesung an, einen Dialog kontrovers, viele andere Formate, die zum akademischen Leben gehören und wo wir Sie auf jeden Fall auch motivieren, daran teilzunehmen. Grau, mein Freund, ist an der Theorie. Neben den Pflichtpraktika, an denen Sie teilnehmen müssen, gibt es auch sonst immer wieder mal Gelegenheiten, wo Sie als Studierende teilhaben können am praktischen Leben. Die Verknüpfung zwischen der Theorie und der Praxis und der Anwendung vor allen Dingen im Arbeitsalltag ist uns natürlich wichtig. So nehmen wir jedes Jahr am 99-Euro-Bioreaktor-Wettbewerb teil, wo es darum geht, für 99 Euro einen Reaktor zu bauen, dessen Organismen, die er beherbergt, bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Und da macht natürlich die Not erfinderisch innovativ. Und so haben wir hier zum Beispiel den diesjährigen Kandidaten aus einem Bierkasten zusammengebaut. Im viersemestrigen Masterstudiengang Genomische Biotechnologie haben wir dieses Jahr 20 Studienplätze zu vergeben. Und wiederum können Sie Studienrichtung wählen, diesmal von Anfang an, anders als beim Bachelor, entweder Modokal-A, Biologie oder Bioinformatik. Die ersten zwei Semester werden Grundlagen gelegt. Im dritten und im vierten Semester, da forschen Sie. Einmal im sogenannten Forschungssemester, wo es uns wichtig ist, dass Sie dann auch mit Studierenden im ersten Semester in Kommunikation und Austausch treten, damit die kennenlernen, was ist denn so möglich. Ja, also da haben wir so eine Verbindung. Außerdem ist uns wichtig, die Verbindung horizontal zwischen den Molekularbiologen, die mehr im Labor arbeiten und den Bioinformatikern, die natürlich entsprechend am Rechner arbeiten, dass also Experimente, die hier gemacht werden, Daten erzeugen, die hier von den Bioinformatikern analysiert werden und dann wieder ein Rückfluss ist, um neue Experimente zu planen. Lassen Sie mich ganz kurz einige Forschungsprojekte vorstellen, mit denen wir in Mittweida arbeiten. Mit der Universität Göttingen kooperieren wir bei der Analyse von Pollen, der von Bienen und Hummeln gesammelt wird, um Rückschlüsse auf die Biodiversität in der Landschaft zu gewinnen. Mit der TU Dresden arbeiten wir zusammen, um Pupobakterien dahingehend zu optimieren, dass sie Wasserstoffgas als Energieträger mithilfe der Photosynthese produzieren. Mit dem Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin schauen wir uns Bioaerosole an, das heißt Viren, Bakterien, Sporen und andere biogene Partikel. Wie können wir diese nachweisen? Und wir arbeiten mit Züchtern zusammen, um beim Schafpudel Erbkrankheiten zu untersuchen und so die Züchtung zu begleiten. Weil Schafpudel natürlich kuscheliger sind und niedlicher als Bakterien, erregen sie auch mehr Aufmerksamkeit. Und damit Sie mal sehen, wie die Schafpudel aussehen, dass Sie nicht ein falsches Bild vor Augen haben, sehen Sie hier zwei Schafpudel und Forschungspartner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Züchtern in Sachsen, in Deutschland und sogar in Europa zusammen, von denen wir jeweils Blutproben der Hunde erhalten, die wir dann genetisch analysieren. Wenn Sie das alles interessiert und juckt und noch mehr kennenlernen wollen, kommen Sie mit uns ins Gespräch, entweder auf digitalen Wege oder bei der Nacht der Wissenschaft am 19. Juni oder vielleicht auch an einem anderen Termin. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Auf jeden Fall sind Sie natürlich herzlich willkommen. Wir werden sehen, wie sich die Schafpudel und die Schafpudel befindet.